Einstieg in Mahara Mahara ist eine E-Portfolio-Software, die die Verwaltung von unterschiedlichen Artefakten, wie zum Beispiel Ansichten und Gruppen, ermöglicht. Neben der Organisation, in Gruppen und der Unterstützung des Lernprozesses durch unterschiedliche Tools, ermöglicht Mahara die Darstellung von E-Portfolios. Ein E-Portfolio ist ein digitales Portfolio, welches eine Dokumentation und Veranschaulichung von Lernprozessen und Lernergebnissen in einer bestimmten Zeitspanne und zu einem gewissen Zweck darstellt. In diesen E-Portfolios wird durch Studierende selbst die Auswahl der freigegebenen Inhalte verwaltet. Darüber hinaus können die online erstellten E-Portfolios in Form von Ansichten und Sammlungen verwaltet, bearbeitet und auch freigegeben werden. So ist es beispielsweise auch möglich, die Abgabe eines E-Portfolios am eCampus durchzuführen. Um mit Mahara starten zu können, muss die URL mahara.fstp.ac.at aufgerufen werden. Nun erfolgt das Anmelden mit den Daten, welche auch für den eCampus verwendet werden, nämlich mittels Benutzernamen und dem gewählten Passwort. In Mahara befindet sich auf der rechten Seite ein Dropdown-Menü. Hier können die unterschiedlichen Tools und Möglichkeiten ausgewählt werden. Unter dem Punkt Create können unterschiedliche Artefakte erstellt werden. In Ansichten und Sammlungen erfolgt die Erstellung der E-Portfolios. Eine neue Ansicht wird durch das Hinzufügen und der Auswahl Ansicht durchgeführt. Der Titel der Ansicht sollte in direkten Zusammenhang zum Inhalt stehen. Eine kurze Beschreibung ermöglicht es, den Inhalt zu erklären, ohne dass die Ansicht direkt geöffnet werden muss. Schlagwörter erleichtern das Finden einzelner Ansichten im späteren Verlauf. In den Advanced-Einstellungen kann neben unterschiedlichen Möglichkeiten auch ein Cover-Image oder Titelbild ausgewählt werden. Hierfür wird ein Bild vom lokalen Desktop oder dem Online-Verzeichnis in Mahara ausgewählt. Wichtig ist es hier, auf die Urheberrechte des Bildes zu achten und eine entsprechende Beschreibung im Verzeichnis hinzuzufügen. Verzeichnisse an sich werden in Video 2 näher beschrieben. Nach dem Abschließen der Erstellung kann die Ansicht nun in der Übersicht Ansichten und Sammlungen dargestellt werden. Hier lässt sich das Titelbild leicht erkennen und die Beschreibung erscheint beim Havarn über die einzelne Ansicht. Nun kann die Ansicht näher bearbeitet werden. Die Bearbeitung von Ansichten erfolgt über sogenannte Blöcke. Diese Blöcke können entweder zu Beginn oder zum Ende von einer Ansicht hinzugefügt werden. Es gibt eine Vielzahl an möglichen Blöcken. In diesem Video wird auf die wichtigsten davon eingegangen. Als wichtiger Baustein gilt der Textblock. Der hier gewählte Blocktitel dient als Überschrift für den gesamten Block. Der Text kann entsprechend durch die vorhandenen Möglichkeiten formatiert und organisiert werden. Ebenfalls kann auch in den Text ein Bild eingefügt werden. Die Einstellung Einklappbar kann unter anderem für Blöcke verwendet werden, die besonders groß sind und Platz in einer Ansicht benötigen. Diese können dann je nach Bedarf ausgeklappt werden. Nach dem Hinzufügen erscheint der einzelne Block in der Ansicht. Der nächste wichtige Block ist ein Bildblock und wird nun zu Beginn der Ansicht hinzugefügt. Ebenfalls wird ein Blocktitel und somit die Überschrift des Bildes vergeben. Die Auswahl des Bildes erfolgt ebenfalls durch den Upload einer Datei oder die Auswahl aus dem Verzeichnis. Sollte das Bild zum ersten Mal hochgeladen werden, ist es wichtig die Beschreibung und hiermit auch die Quellenangabe zu ergänzen. Als nächster Block wird eine Datei zum Download hinzugefügt. Die Datei wird wiederum durch einen Upload oder die Auswahl aus dem Verzeichnis bereitgestellt. Es erfolgt keine grafische Ansicht dieser Datei, sondern nur die Möglichkeit des Downloads. Als nächster Block wird eine Bildgalerie erstellt. Dies ermöglicht es, mehrere Bilder auf einmal darzustellen, ohne einzelne Bildblöcke erstellen zu müssen. Die Bildauswahl kann auf unterschiedliche Arten erfolgen. Es kann ein gesamter Ordner mit Bildern aus dem Verzeichnis freigegeben werden. Dies schließt dann auch Bilder mit ein, die zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht in dem Ordner vorhanden sind. Die Auswahl einzelner Bilder ermöglicht auch den Upload von neuen Bildern oder wiederum die Auswahl aus den Verzeichnissen. Ebenfalls kann die Anzeige von Bildern aus einer externen Quelle ausgewählt werden. Hier sind die Nutzungsrechte zu beachten. In den Einstellungen kann ebenfalls der Stil der Darstellung ausgewählt werden. Wichtig bei diesem Block ist es, die Breite einzustellen, da die Bilder, anders als bei einzelnen Bildblöcken, nicht durch das Größerziehen eines Blocks vergrößert werden. Als letzter Block wird die PDF-Datei gewählt. Im Vergleich zur Datei zum Download wird diese visuell in der Ansicht dargestellt. Wenn die gewünschten Blöcke vorhanden sind, kann das Layout nun mittels Drag & Drop erstellt werden. Bei vielen Blöcken skaliert der Inhalt durch das Größer- oder Kleinerziehen mit. Die Fotos in Bildgalerien bleiben jedoch gleich. Hier können nun auch Blöcke, bei denen die Einstellung einklappbar gewählt wurde, aus- oder eingeklappt werden. Nachdem das Layout erstellt wurde, kann nun der Zugriff verwaltet werden. Hierbei wird durch das Schlosssymbol die Einstellungsebene geöffnet. Das Freigeben kann durch eine URL, eine neue, geheime URL, ermöglicht werden. Die Parameter der geteilten Ansicht können nun eingestellt werden. Beispielsweise können dann Kommentare verwaltet oder auch das Kopieren erlaubt werden. Die Zeitspanne für das Teilen von Ansichten kann ebenfalls individuell für jede Ansicht eingestellt werden. Eine weitere Möglichkeit des Teilens ist die Freigabe für unter anderem Gruppen oder einzelne Personen. Die erstellten Ansichten können in Sammlungen zusammengefügt werden. Diese Sammlungen können wie Ansichten später als e-Portfolio am eCampus abgegeben werden. Ebenfalls ermöglichen Sammlungen das Teilen von gesammelten Ansichten. Hierfür wird wiederum unter Hinzufügen dieses Mal eine Sammlung ausgewählt. Die Einstellungen erfolgen gleich wie bei dem Erstellen einer Ansicht. Die einzelnen Ansichten werden mittels Drag & Drop in die Sammlung hinzugefügt. Als nächster Schritt erfolgt die Verteilung der Zugriffsrechte. Wiederum kann die Freigabe durch eine URL oder zum Beispiel die Auswahl von Gruppen getätigt werden. In der Übersicht lässt sich diese Sammlung nun jederzeit verwalten, bearbeiten oder löschen. Ebenso lassen sich die Inhalte schnell anzeigen. Damit Studierende eine Ansicht oder Sammlung am eCampus abgeben können, muss hierfür eine Abgabe eingerichtet werden. Dazu wird in der Bearbeitungsansicht am eCampus eine neue Aktivität als Aufgabe angelegt. Die hier benötigten und möglichen Angaben entsprechen denen der herkömmlichen Abgaben. Um nun die Abgabe eines Mahara-Portfolios zu ermöglichen, muss unter Abgabetypen keine Dateiabgabe, sondern Mahara-Portfolio gewählt werden. Die so erstellte Abgabe ermöglicht es Studierenden, ohne das Hochladen einer Datei, ihr Portfolio direkt abgeben zu können. Studierende, welche am eCampus die Abgabe öffnen, haben so die Möglichkeit, eine Sammlung oder eine Ansicht auszuwählen, die direkt mit ihrem Account verknüpft ist.